Die DHBW, also die Duale Hochschule Baden-Württemberg, ist die größte Hochschule des Bundeslandes. CAS steht für Center for Advanced Studies. Es organisiert den Dualen Master der DHBW. Studierende haben am CAS die Möglichkeit, aus den zahlreichen Studiengängen der Fachbereiche Wirtschaft, Technik und Sozialwesen ihren Dualen Master auszuwählen. Jan Jungmann zum Beispiel. Er schätzt besonders, dass er im Dualen Masterstudium Theorie und Praxis verbinden kann. Praktische Fragestellungen bringt er in die Lehrveranstaltungen ein und theoretische Lösungsansätze wendet er am Arbeitsplatz an. Seine wissenschaftlichen Arbeiten geben Jan die Möglichkeit, einen direkten Nutzen für seinen Arbeitgeber zu erzeugen. In Prüfungsleistungen für das Studium kann er häufig betriebliche Problemstellungen behandeln und lösen. Jan Jungmann hat durch sein vorangegangenes Bachelorstudium ausgeprägte Vorkenntnisse. Aber auch seine berufliche Erfahrung ist von großem Wert. Und das zählt. Sein Wissen kann er direkt in den Aufbau seines Dualen Masters einfließen lassen. Denn am CAS gehören starre Studienpläne der Vergangenheit an. Er kann seine Module so individuell zusammenstellen, dass sie optimal zu seinen Vorkenntnissen und beruflichen Plänen passen. Er hat viele Wahlmöglichkeiten. Auch sein Arbeitgeber kann dabei entscheidende Weichen stellen und helfen, die Module auszuwählen. So kann Jan sich passgenau auf das von beiden angestrebte Kompetenzprofil qualifizieren. Da Jan dual studiert, muss er Studium, Beruf und Privatleben besonders gut vereinbaren können. Das CAS gewährleistet dies, indem es Vorlesungs- und Prüfungstermine langfristig plant und Veranstaltungen in der Regel in zwei bis drei Tagesblöcken anbietet. So lernt er in Präsenzveranstaltungen und ergänzt diese durch Phasen des Selbststudiums. Die Gruppengrößen von derzeit durchschnittlich 15 Studierenden garantieren ihm eine direkte Interaktion mit den Dozenten und seinen Mitstudierenden. Die Präsenzveranstaltungen werden etwa zur Hälfte am CAS in Heilbronn und zur anderen Hälfte an den Standorten der DHBW angeboten. Die Zulassungsvoraussetzungen sind schnell erklärt. Interessierte müssen nach ihrem guten Bachelorabschluss mindestens ein Jahr Berufserfahrung mitbringen. Und ihr aktueller Arbeitgeber unterstützt das Studium inhaltlich. Das war's. Übrigens, alle Studiengänge des CAS sind systemakkreditiert und stehen Bachelorabsolventinnen und Absolventen aller Hochschulen offen. Ob die frühere Hochschule eine Universität, eine Fachhochschule oder die DHBW war, ist grundsätzlich egal. Haben wir Sie neugierig gemacht? Sprechen Sie unverbindlich mit unserer Studieninformation.